Im Rahmen der bevorstehenden mitteldeutschen HiFi-Tage hat die Redaktion der Audiotest das Leipziger Plattenpresswerk Randmusik besucht. Denn in der zur HiFi-Messe erscheinenden Ausgabe 8.18 unseres Magazins geht es ausschließlich ums schwarze Gold. Wir haben allerlei Plattenspieler und natürlich auch einschlägiges Zubehör getestet. Außerdem werden wir mit freundlicher Unterstützung von Reichmann Audiosysteme und Musical-Plattenspieler als erstes deutsches HiFi-Fachmagazin eine echte 7-Zoll-Schallplatte als Heftbeilage präsentieren. Und wie diese Schallplatte im Werk entstanden ist, haben wir uns vor Ort selber angeschaut. Zunächst haben wir unsere Wunschmusik in digitaler Form angeliefert. Da wir uns für eine Single-Schallplatte entschieden haben, liefern wir zwei Titel, einen für Seite A und einen für Seite B. Diese wurden im hauseigenen Tonstudio gemastert und vor allem in Punktodynamikumfang an das Zielmedium und Vinyl angepasst. Aber auch der maximale Lautstärkepegel wurde hier definiert und die Daten in ihrem Frequenzspektrum optimal auf den Schneidvorgang vorbereitet. Das eigentliche Pressmaster für die Dateien entstand in unserem Fall im Direct Metal Mastering-Schnitt über eine Maschine des Herstellers Neumann vom Typ VMS 82. Beim Direct Metal Mastering schneidet ein Stichel das vom Mastering-Mesh-Pult kommende Audiosignal in Echtzeit in bekannteren Form in eine Kupferplatte. Damit die Kupferplatten während der Lagerung nicht korrodieren, werden sie tiefgekühlt. Die herausgeschnittenen Kupferreste werden von einer kleinen Saugvorrichtung entfernt. Da man für eine Schallplatte zwei Seiten braucht, benötigt es logischerweise auch zwei Master, deren Negative dann später in die Presse eingespannt werden. So sieht dann das Kupfermaster nach dem Schnitt aus. Der nächste Schritt in Richtung fertige Schallplatte führt über die Galvanik. Hier werden über ein mehrstufiges Verfahren mit Hilfe von elektrischem Strom und Chemie Negative unserer Master-Kupferplatten angefertigt. Dabei werden die Master zunächst sorgfältig gespült, dann in ein galvanisches Bad getaucht und unter Strom gesetzt. In diesem Bad befinden sich zudem auch Nickel-Kugeln. Dabei stellt das Nickel im Stromkreislauf den Plus-Pol dar und das Kupfermaster den Minus-Pol. Wird nun der Strom angeschaltet, so fließt er vom positiven zum negativen Pol. Dabei setzt sich Stück für Stück das Nickel auf dem Kupfer ab. Nach mehreren Stunden im Bad kann man die Nickel-Negative vom Master ablösen. Jetzt müssen sie nur noch an die Pressform der Maschine angepasst werden und können in die Plattenpresse vom Typ Tolex Alpha AD1202 eingespannt werden. Doch bevor gepresst wird, benötigen wir noch ein paar weitere Zutaten, denn in der Maschine kommt alles gleichzeitig zusammen. Schallplatten brauchen natürlich auch Labels. Damit diese bei den hohen Temperaturen, der Feuchtigkeit und unter dem Druck der Pressung nicht kaputt gehen oder die Farben verlaufen, werden sie zunächst gebacken. Außerdem brauchen wir natürlich noch den Hauptrohstoff der Scheibe, Polyvenylchlorid, also PVC, oder kurz Venyl. Dieses lagert als Granulat und ist in allen erdenklichen Farben verfügbar. Wir sind beim klassischen Schwarz geblieben und haben zunächst einen Kuchen gebacken. So heißt der Rohklumpen, zu dem das Granulat stückweise zusammengeschmolzen wird. Über eine bis zu 200 Grad heiße Spirale wandert es im sogenannten Extruder nach oben, bis es die richtige Konsistenz hat. In der Pressmaschine kommt nun alles zusammen. In der Mitte der Kuchen, darüber und darunter die Labels und die Nickel-Negative unserer Master. Eins von oben und eins von unten. Mit einem Druck von mehr als 100 Tonnen wird der noch warme Kunststoffkuchen in die Form gepresst. Damit der Schnelle abkühlt und sich leichter aus der Form lösen lässt, wird in der Maschine mit destilliertem Wasser gekühlt und gespült. Sobald die Platte fertig ausgehärtet ist, wird das überschüssige Vinyl abgeschnitten. Es kann theoretisch wiederverwendet werden, denn Schallplatten sind recycelbar. Pro Master-Negativ sind übrigens ca. 1000 Pressungen möglich, bevor die Abnutzungserscheinungen zu groß werden und die Qualität der Pressung leiden würde. Ein Pressvorgang dauert dabei in der Regel zwischen 20 und 40 Sekunden. Bevor die Schallplatten das Werk verlassen, wird in der hauseigenen Qualitätskontrolle natürlich auch nochmal Probe gehört. Sind die Platten freigegeben, fehlt eigentlich nur noch die Verpackung. Das Material dazu kommt aus der Druckerei. Gefalzt und geklebt wird aber hausintern über eine riesige Platten-Cover-Maschine. Das Eintüten der fertigen Platten in die Sleeves und Cover wäre maschinell zwar mittlerweile möglich, ist aber in unserem Fall wiederum echte Handarbeit. Fertig. So sieht sie dann tatsächlich aus. Die fertige Schallplatte. Und wer wissen will, was wir darauf gepresst haben und wie es sich schlussendlich anhört, oder wer noch mehr über Schallplatten und über Plattenspieler und Zubehör erfahren will, dem empfehlen wir einen Blick ins neue Audio-Test-Magazin oder einen Besuch auf den mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig am 17. und 18. November 2018. Bis zum nächsten Mal.